Hallo zusammen, ich freue mich euch heute die Neuheiten und Aktionen vorstellen zu dürfen, die ab Januar 2020 im Fachhandel verfügbar sind. Mein Name ist Bastian Günther, Vertriebsmitarbeiter der Region Süd. In der heutigen Ausgabe zeige ich euch wie immer die Aktionen, die sich wirklich lohnen. Und dann haben wir hier noch unsere Neuheiten, nämlich unsere neuen Akku 18 Volt Lampen, die GLI 18V. Dann haben wir hier unseren neuen Schlagschrauber, den GDS 18V 300. Und dann haben wir hier noch das absolute Highlight, unseren neuen 18 Volt Rotationslaser, den GL600 CHV. Auf los geht's los! Und hier sind wir wieder bei den Aktionen, die sich wirklich lohnen. Mit unserem Professional 18 Volt System. Im Professional 18 Volt System könnt ihr maximale Freiheit mit der besten Leistung kombinieren. Und im Aktionszeitraum vom 01.01.2020 bis zum 30.04.2020 bekommt ihr zum Kauf eines jeden 18 Volt Solo-Tool einen Professional 18 Volt 6 Ampere Akku im Wert von 89 Euro UVP gratis dazu. Und hier sind sie, passend zur dunklen Jahreszeit, unsere neuen 18 Volt Baustrahler. Und wie ihr seht, seht ihr nichts? Ist das hell! Die Geräte funktionieren zwar nicht auf Schnipsen, aber sie sind dafür connected. Hier haben wir die GLI 18V 4000C und hier haben wir die GLI 18V 10.000C. Die Spezifikation steht zum einen für die Betriebsweise im 18 Volt System und danach geben wir die Lumen Lichtleistung ab. Zum Vergleich, eine herkömmliche Kerze zu Hause hat um die 10 bis 12 Lumen. Das heißt, diese Lampe hat mit 4000 Lumen das circa 400-fache einer normalen Kerze und die 10.000C sogar das 1000-fache einer normalen Kerze. Das bedeutet, die Geräte sind extrem hell und deswegen nochmal meine Bitte, daheim nicht direkt reinschauen. Und hier haben wir unseren neuen Schlagschrauber, den GDS 18V 300. Das Gerät hat mit 300 Newtonmetern 20% mehr Leistung als der Vorgänger. Außerdem haben wir hier ein neues Feature drin. Das Ganze nennt sich ABR, steht für Auto Bolt Release. Das bedeutet, das Gerät erkennt automatisch, wenn sich die Schraube löst und schaltet dann automatisch ab. Last but not least haben wir noch die bewährte Aufnahme. Zum einen die Sicherung über einen Sprengring für die Stecknüsse oder aber ihr habt die Möglichkeit, hier die Nüsse mit einem Pin zu sichern. Und nun starten wir clever und stark in den Frühling mit unserer GDX-Aktion. Ich werde oft gefragt, warum soll ich eigentlich mit dem Schlagschrauber arbeiten? Und die Antwort ist ganz einfach. Wie du siehst, sind die Geräte sehr kompakt und trotzdem leistungsstark. Außerdem drehen die Geräte sehr, sehr hoch. Das bedeutet, du hast einen sehr, sehr schnellen Arbeitsfortschritt. Das Besondere bei unseren GDX ist, dass sie beide aufnahmen können. Also sowohl die Halbzoll Stecknussaufnahme als auch die Sechskant-Bit-Aufnahme. Das Beste hierbei kommt wie immer zum Schluss. Denn beim Kauf von ausgewählten Produkten im Aktionszeitraum bekommst du sowohl den dreiteiligen Stecknussaufsatz als auch die hochwertigen Impact-Bits gratis dazu. Und hier haben wir unsere Preisfighter, jeweils mit 2,0 Ampere Akku und dem AL1820 Ladegerät im L-Case. Zum Beispiel den GSR18-2LI mit 10 mm Futter für unschlagbare 185 Euro. Oder aber den GSR18-28 mit 13 mm Metallbohrfutter für 199 Euro. Oder aber den GSB18-2LI hier wieder mit 10 mm Futter, aber dafür die Schlagbohrfunktion, ebenfalls für unschlagbare 199 Euro. Wer aufgepasst hat, weiß, was der Hammer ist. Unsere Bosch-Hämmer. Und die werden dieses Jahr 80 Jahre alt. Und genau das wollen wir mit dir feiern. Und zwar mit Sonderpreisen. Das bedeutet, dass du im Aktionszeitraum auf ausgewählte Produkte 8% Rabatt vom UVP bekommst. Nähere Informationen zu den teilnehmenden Produkten findest du in unserer Bosch Aktuell Aktionsunterlage. Und jetzt kommen wir zu einem echten Highlight. Unserem ersten 18 Volt Rotationslaser, dem GAL 600 CHV. Das Gerät glänzt durch seine robuste Bauweise und durch die einfache Bedienbarkeit. Wie ihr seht, könnt ihr alle wichtigen Funktionen hier mit einem Symbol und einem Knopf außen am Laser bedienen. Alternativ habt ihr auch die Möglichkeit, das Gerät über die Handy-App zu kontrollieren. Das Ganze gibt es ab 1699 Euro. Nähere Informationen zum Produkt findet ihr in unserer Bosch Aktuell Aktionsunterlage. Das X-Log-System setzt neue Maßstäbe, weil es einfach einfach ist. Ich werde im Beratungsgespräch oft gefragt, ob Bosch der einzige Hersteller von Verbrauchsmaterialien für die Geräte ist. Das ist natürlich nicht so, denn viele der Spezialhersteller schließen sich dem neuen System an. Und diese Partner haben wir für euch in der Bosch Aktuell zusammengestellt, sodass ihr euch selbst informieren könnt, ob euer Verbrauchsmittelhersteller ebenfalls X-Log-Scheiben im Programm hat. Und jetzt sind wir beim Thema Carbide. Carbide ist die Hartmetallbestückung der Zubehöre, die dir eine bessere Leistung und eine bessere Lebensdauer bringt. Das Ganze gibt es bei Bosch sowohl bei Sägeblättern als auch bei Bohrern. Und damit du dich heute von der Leistung überzeugen kannst, haben wir zwei Anwendungen mitgebracht, an denen wir das gut zeigen. Zum einen wollen wir ein Gussrohr abschneiden und zum anderen wollen wir mit einer Lochsäge in Stein sägen. Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr euch vor Ort über unsere Neuheiten und Innovationen informieren wollt, kommt uns doch auf unserem Messestand besuchen. Auf der Holzhandwerk in Nürnberg vom 18. bis zum 21. März 2020. Und das war's schon wieder von uns. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Falls euch unsere Videos gefallen haben, bitte liked und teilt unsere Clips. Ansonsten kann ich mich nur noch verabschieden. In diesem Sinne vielen Dank euer Team von Bosch Professional. Das war's schon Heinrich Klick Dort worden. Das war's vor Gospel mise in den Marken Vert fest. Ihr int đakt ist Lehrt um 6. Bis zum nächsten Mal. detention ist es 45 beim 1.8 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ich đi mit dir hier auch schon.